Sprünge in die Reifen, in den ersten Reifen, beidbeinig und dann jeweils ein Fuß links und rechts in den Reifen. Los geht's. Tempo. Und weiter geht's. Auch Reifen lassen sich sehr gut im allgemeinen Koordinationstraining einsetzen. Verschiedene Lauf- und Sprungkombinationen mit einem oder zwei Kontakten in jedem Reifen sind hier möglich. Ja, es war sehr schnell, fast gesprungen. Versuche immer noch zu laufen. Versuche immer noch zu laufen. Auf geht's, David. Auch hier sollte der Trainer die Lauftechnik und die genaue Bewegungsausführung kontrollieren und korrigieren. Und das Tempo kann dann erhöht werden. Die Übungen sind koordinativ sehr anspruchsvoll. Die beidbeinigen Prellsprünge in einen Reifen mit anschließender Schrittfolge links-rechts und später rechts-links verlangen ein gutes Rhythmusgefühl.